Musik Hi, hier ist wieder euer Lissabjörn. Das Trainingslager der Top 20 Kandidaten ist vorbei und jetzt wird es richtig spannend. Die Musikclips liegen aktuell im Eurovisionspanel und der internationalen Fachjury vor. Ja, und die müssen das Ganze bewerten. Und dieses Bewertungsverfahren, das dürfen wir uns jetzt mal angucken. Hat ein bisschen was von Havana Gila, sag ich euch. Jetzt werde ich gefragt, kanntest du den Sänger, die Sängerin, die Band bereits aus dem Fernsehen? Ne, kenn ich nicht. Passt das Lied zum Sänger oder Sängerin? Ja, das Lied und Genre passt. Eine schöne Stimme. Kanntest du das Lied bereits? Nein, kannte ich nicht. Möchtest du uns noch etwas zu diesem Beitrag sagen? Ne. So, ich muss jetzt, genau wie beim ESC, zwischen einem und zwölf Punkten vergeben. Boah, ist das aufregend und es ist wirklich, wirklich schwer. Ich muss mit zwölf Punkten anfangen. Den fand ich am besten. Ich fahne tatsächlich Zweiland am besten. Zehn Punkte würde ich an... ...Savier. Boah, ist das echt schwer, Freunde. Bin ich wirklich zufrieden? Ja, komm. Meine Bewertung fließt natürlich nicht mit ein, aber ich frage jetzt einfach mal eine Fachjurorin, wie sie das Ganze gesehen hat. Ja, es ist soweit. Ich telefoniere gerade mit Maria aus Schweden. Maria ist einer der internationalen Fachjuroren. Und ich höre mir jetzt einfach mal an, was sie so zu sagen hat und ich bin mal gespannt, was sie so herausfinden kann. Hi Maria, how are you? Hey, nice to meet you. Nice to meet you, too. Wow, that's pretty cool that you can meet us via Skype. And so, what do you think about the German candidates? Oh, I think it's really fun. I like the variety of the artists. And they're going like 120% to do their best and to have their own unique style. So, yeah, I enjoy it. What is your criterium to choose someone? Well, I do think that it should be entertaining. I do think it should be, it should touch me in some way. Either I become really happy or really like emotional, sad or whatever. You just need to be passionate and genuine. Thank you so much. Best greetings from Cologne, from Germany. Oh, thank you. Great meeting you. Good luck now. Thank you. Da kommt gerade der Boss. Hallo. Hallo. Hi, grüß dich. Hallo zusammen. Wer bist du denn? Hallo, Philipp Biermann mein Name. Ich trage hier sozusagen die Verantwortung für alles, was hier passiert. Und hoffe mal, dass alle Beteiligten einen guten Job machen. Also der Boss. Sozusagen der Boss. Wie wird eigentlich das Eurovisionspanel und die Fachjuroren benachrichtigt, was sie jetzt quasi bewerten können? Wir haben ja jetzt von den 20 Kandidaten im Trainingslager, haben wir jetzt relativ vergleichbare Clips. Diese Clips werden jetzt sowohl den Panel-Teilnehmern als auch den Juroren zur Verfügung gestellt mit einem elektronischen Zugang übers Internet und müssen sich jetzt, dürfen sich jetzt die Clips anschauen und entsprechend bewerten. Dabei kann man hier nicht einfach jemanden vorspulen und zum nächsten klicken, wenn man ihn langweilig findet. Das heißt, wir wollen schon sicher gehen, dass alle die gleiche Chance haben. Bis wann haben die Leute denn Zeit überhaupt zu bewerten? Das passiert jetzt kurzfristig. Da sind wir gerade dran und sind in den letzten Zügen. Super. Ich treffe mich jetzt mit Anke. Anke ist eine der Teilnehmer des Eurovisionspanels. Und ich bin mal gespannt, was sie so zu erzählen hat. Hi, grüß dich, Anke. Wie geht's dir? Ich war in Thailand zu der Zeit, als ich die Zusage dann bekommen habe. Du warst in Thailand? Ja, bis gestern quasi noch. Und bin dann quasi extra hergeflogen jetzt dafür. In welchem Umfeld hast du denn bewertet? Ja, ganz spannend. Habe ich zu Hause gemacht. Im Wohnzimmer, auf dem Sofa, mit einer Tasse Kaffee, schönen Kopfhörer auf. Und habe mir da eine gute Stunde Zeit vorgenommen. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich hätte noch eine Stunde mehr da machen können. Nach welchen Kriterien bewertest du denn? Ich stelle mir bei jedem vor, wie würde das auf der ESC-Bühne wirken? Wäre das was, was funktioniert? Und da sind dann manche dabei, wo man sich denkt, das geht auf gar keinen Fall. Also da merkt man einfach schon, dass es nicht das Richtige wäre. Und bei anderen ist das ganz klar. Da sieht man jetzt nicht unbedingt gleich den Goldregen rieseln, aber man sieht auf jeden Fall Potenzial. Ja, Anke. Und zum Schluss würde ich natürlich wissen, und jetzt mal Hand aufs Herz, wer ist dein Favorit? Da hätte ich drei. Ich zähl nicht. Ich meine, du musst ja später dich auch für einen entscheiden. Da hängt es dann aber vom Song ab. Und den kennen wir jetzt ja noch nicht. Deshalb würde ich trotzdem denken, dass wir die größten Chancen eventuell mit Ivy Coenow hätten. Hängt vom Song ab. Hängt vom Song ab. Hängt vom Song ab. Also Freunde, ihr habt es gehört, es hängt vom Song ab. Es hängt vom Song ab. Ich sage vielen, vielen Dank, Anke. Und ja, ich glaube, wir sehen uns noch eine Zeit lang. Ja, ich denke auch. Heute war ein super spannender Tag. Ich habe neue Leute kennengelernt und Bekannte wieder getroffen. Super viel aufgeschnappt an Informationen und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Euer Lissa Björn. Ja, ich bin sicher. Vielen Dank.